Bernhard Sigismund von Berg war ein preußischer Oberst und Chef des Magdeburger Landregiments. Leben, Herkunft und Familie Bernhard Sigismund entstammte als natürlicher Sohn des Erbherren auf Herzfelde Otto Franz von Berg, dem märkischen Adelsgeschlecht von Berg. Er wurde am 16. August 1721 legitimiert. Er ist verehelicht gewesen, hinterließ jedoch keine Leibeserben. Werdegang Berg trat in die preußische Armee ein und war zum Zeitpunkt seiner Legitimierung, also 1721 bereits Kapitän im Infanterieregiment Nummer 19. Am 29. Mai 1733 avancierte er im Regiment zum Oberstleutnant und wurde am 29. bzw. 30. Juni 1735 als Oberstchef des Magdeburger Landregiments. Sein Nachfolger als Chef des Magdeburger Landregiments wurde am 27. Januar 1743, nach anderen Quellen erst 1753 Oberst Bernhard Friedrich von Allem.